I'm a G, but you know this Let's go, boys! Hat er mich gerade eben gesniped? Oh my god, der snippt mich auch. Mr. Gamer Pros Watcher wahrscheinlich. Da ist noch einer hinten bei... Kopf. Leute, er hackt! Ich schwör's euch, es ist unmöglich! Ja, der hackt, das ist klar. Ja, wir hatten letztens schon sein. Ja. Todessprung. Bin da gerade gestorben, Digga. Wir haben den Spawnlos nicht bekommen, weil die alle gepusht haben. Digga, einer kämpft in Blue. Jetzt nicht durch Blue, gehen gleich rechts, wenn ihr reingeht. Ja, komm, komm, Digga, wir laufen uns da gleich. Nichts, ich sehe. Leute, jetzt kommt, es läuft halt über Bricks, Digga. Nicht über Blue. Oh my god, der kassiert ist Todes. Ich warte halt noch hier, ne? Wo war der? Wo war der, Digga? Der war gerade Blue, aber der wurde schon geholt. Der ist noch Blue, der Snipers, Blue. Er hackt des Todes, Alter. Er hackt des Todes. Alter, Naji, komm. Äh, kleiner Garten, kleiner Garten. Digga, ich bin Problem, Digga. Das ist wieder nach hinten dran. Digga, nicht raus. Digga, du hast ja was vorgegeben. Hab ihn hier, 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 nochmal. Würde ich auch machen, wenn du ehrlich bist, weil du machst einfach den schlechtesten YouTube, deswegen. Hm. Shit, wie viele waren die, äh, raped uns alle durch den Spawn. Digga, wie lange contesten die denn noch? Können die wollen mal spawnen? Wie könnte man den Spawn jetzt auf die andere Seite schieben, wisst ihr das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Davon hab ich einen. Einer wird jetzt gleich meinen. Die kommen ins Jungle, die kommen ins Jungle. Hab, hab, nice. Oh mein Gott, das ist krass, du wie alt. Die werden von oben kommen, die werden von oben kommen. Einer noch, einer noch, einer noch. Nice. Nächste, 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 nächste. Nächste, 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 nächste. Kommt, Leute, lass uns doch noch. Digga, er liegt in dem kleinen Vierheck. Kitchen absolut, kitchen absolut. In dem kleinen Vierheck noch. Nice, 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 nice. Komm, wir haben Zeit, wir haben Zeit. Wenn wir die komplett holen, haben wir, ne, haben wir nicht gewonnen. Overwatch, hab ich. Da kommt noch eine Overwatch, hab ich. Nice, Panda, sehr schön. Äh, B, ja, ich renne zu A und gehe auf B. Alles klar. Die sind 100% A. Ja, dann geh mal irgendwo auf A, Digga, mit A, R oder B. Da ist noch einer, noch einer. Entschuldigung, warte, wenn er rauskommt. Challenge, Challenge. Ne, Challenge nicht. Ne, der ist Houdini, er ist weg. Wo ist der? Ich dachte, ich bin echt recht. Er ist bei B. Er ist um zu Bridge. Digga, kann sein, dass er zu B rotiert ist. Ja, boah, Jungs, schon eine Runde. Nice, Jungs. Nice, ich stehe auf Houdini, Alter. Wie hat er sich so verzaubert? Ja, keine Ahnung, Mann. Soll ich... Der kann durch den Zug kommen, der konnte durch den Zug kommen. Ab ihn. Schöne. Noch einer, noch einer. One-Shot. Oh, ist... Oh mein Gott. Rüber zu A kommen und traden, falls mir was passieren. Rennig da rum, Leute. Bin grad ganz außen auf Flank. Der liegt hier zu dir rum. Einer ist hinten bei B im Aufgang. Ich hab die Fernlink-Ladung, ich hab sie gehört. Das ist so lächerlich, Alter. Habt ihr den, der die Fernlink-Ladung? Ja, den hab ich. Der ist dauernd. Trey, wir machen jetzt den Sack zu. Ja. Ähm... Wo B? Ich mach wieder... Ich versuch wieder ein Sniper-Pick unten auf B. Okay, viel Glück, Digga. Sniper-Pick? Seit wann kein Schweine-Snipe? Ja, ich hab nicht getroffen. Geh da weg. Geh da weg. Panda. Annenkladung nicht vergessen. Panda kommt nach hinten. Der ist hier hinterher gelaufen. Danke. Der ist One-Shot. Annenkladung nicht vergessen, ich hör sie. Sie kommt, sie kommt, sie kommt. Hab sie, hab sie. Ich hab einen. Sehr schön, Panda. Okay, so rüber rotieren. Ähm, Leute, ich hab nur Snow. Habt ihr die Ahnung, wie ich die einsetzen kann? Oder? Wir müssen uns jetzt einfach nur beeilen. Wisst ihr ob hinten einen... Bleibt drin. Einer ist unten drin. Einer ist unten drin. Einer hat mich. Unten hat mich. Einer ist unten. Nice Chance. Nein, okay. Er ist unten. Was ist das, Digga? Einer macht Backup und einer ist unten. Er guckt auf die Bombe. Er guckt auf die Bombe. Werfen auch Granate! Einer defused! Einer defused! Einer defused! Ich hab Zug! Defused! Ja, genau, genau, genau. Digga, pass auf! Der war fein! Schau doch vorne, heftig! Sehr nice! Oh, richtig gut, der nice! Richtig nice! Oh mein Gott! Ich liebe ihn! Oh mein Gott! Richtig gut anzugucken, oder? Ja. Es war so klar, dass da einer guckt. Es war so klar. Oh, Digga, es war echt unnormal wichtig. Also defused, das hast du gesehen? In diesem Kopf da oben noch. Auf dem Zug. Der ist gerade über diesen Wagen gesprungen. Ja. Wenn euch dieses Video gefallen hat, auf jeden Fall eine Bewertung da lassen. Schreibt mir in die Kommentare. Mehr soll euch das Video sehen wollen. Abonniert mich alle, ich mache keine Videos. Erster Link in der Beschreibung. Abonniert Energy auch noch, der ist richtig krass. Geht niemals Energy. Letzte Worte? Jem und ich beefen uns jetzt auf YouTube, damit wir Abos kriegen, damit ihr Bescheid wisst. Tschüss! Ich liebe mich!